Musik Okay Jetzt bräuchte ganz Uh, geil Oh, nicht geil Okay, mitnehmen Wegwerden Mitnehmen Mit dem Wegrennen Mit dem Wegrennen Auch hier Spiderclad Wo geht's denn hier lang In die Richtung müsste es eigentlich Blumen geben Mit Keine Evil Flower Picken Ja Die haben Spaß würde ich sagen Ich meine Ich brauche nur Ist hier eine böse Flower gewesen Nur noch 5 Blue Da oben war einer Blumen Dann ist das mit der Insanität wieder vorbei 4 Oh, what the fuck ist das denn Wee 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 da noch ein Blümchen und hier noch ein Blümchen und jetzt bin ich was jetzt reißen und holen wir das einfach von hier das Stadion auch Probleme irgendwie ok warum auch nicht einfach mal gegen 100 Spinnen gehen ääähm ja hier genau dasselbe huuuh 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 huuh huuuh huah aber, naja, besser als nichts, ne? Ok, hier ist es noch, ich wollte gerade fragen, ob ich hier richtig bin, die Frage kann ich mir glaube ich mit nein beantworten, aber ok. Hauptsache ich komme lebend irgendwie nach Hause. Hier war ich schonmal auf dem Friedhof, ich hoffe die Geister sind nicht noch da und überrascht mich jetzt überraschenderweise und nach der Mutter, heu, ich komme, er ist tot. Oh oh, nein! 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 Ich brauche Licht, ich kann jetzt, oh nein, komm! Das war's. Was mache ich denn? Wo ist denn der Fackel? Wo ist meine Fackel Okay Alles cool Alles Cool Also jetzt stelle ich das hier ab Dann gehe ich zum Feuer zurück Mache das Feuergröße und dann gehe ich Nichts worüber man sich irgendwie Gedanken machen müsste Okay Soll ich jetzt hier durch meinen Geisteszustand wieder so hoch gehen Dass ich Nach Hause komme Alter die Fledermaus gerade Ich hatte echt Schock Dass es das jetzt war Guano Okay Guano Ich pick das mal für dieses Ding hier Was ist denn Guano? Los steig schneller Meine Inselne die steigt Es ist Tag 40 das darf es nicht gewesen sein So wie Blumen finden wir nicht schlecht Einfach nur so ein paar Blumen 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 Wenn ich hier weiter ständig Blumen suche So dann gibt es irgendwann keine Blumen mehr Logischerweise Irgendwie muss das nicht zusammenhängen Oh mein Gott ab nach Hause Na gut Da liegt noch eine Feder Hier ist nichts reingelaufen Hier ist nichts reingelaufen Ich sende sie möchte mit der Musik immer noch mitteilen Dass ich immer noch psychisch am Ende bin Oh Guckt mal da oben Seht ihr was ich meine? Habt ihr es gesehen? Diese Wow Wow Jetzt war ich kurz leichter schocken So Weg damit Oh das ist noch was bei ihrem Feuer Oh mein Gott So Nein Wie sieht es aus? So Oh Oh Die sind schon Leicht eingegangen jetzt Die muss ich wahrscheinlich wieder mal erneuern Okay Woop Und jetzt habe ich hier die ganzen Bären Ich bin auch selten bescheuert, oder? Ich bin auch selten bescheuert, oder? So So Was macht hier dieser Vogel da, ey? So Was macht hier dieser Vogel da, ey? Oh Ich glaub's ja nicht Ich glaub's ja nicht, der hat die Bären gefressen Das schwöre so viel Ich bin auch selten bescheuert, oder? 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 das ist ein lustiger abend meine freunde ja dann verfolgt und unten verfolgt hey klasse also auch schon ja wie viele denn bitte noch wie viele denn noch so scheiß angst wie sonst so 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 how eine aufnahme pause machen ja und ich hoffe wir kriegen zurück da unten wieder und werden nicht noch mal verrückt wir sehen uns beim nächsten mal liebe freunde und bis dahin adios